No matter how hard I try, try Bitch Lasagne, Bitch Lasagne T-serious ain't nothin' but a Bitch Lasagne Könntest du bitte aufhören mit dem Messer zu spielen? Ganz wichtig ist Leute, wenn ihr so ein scharfes Messer in der Hand habt, immer wild damit rum vorführen Stopp, 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 ich hab voll eins Stopp, 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 oh ich will mich nicht bewegen Stopp! Mann, ich möchte das jetzt da drausetzen, hör mal auf mit mir Mit dem Messer spielt man nicht Mit dem Messer spielt man nicht, hier gucken Kinder zu, jetzt mach die, mach die Zwiebel Alter, Gerätschaft Das gibt ne, jawoll, zack Geil Ja mann, 1,8,7 Wuh, wuh Stopp Ganz ehrlich, das stimmt Ey, weißt du, was das Übergraßes drin ist? Machen wir Finger mit, machen wir Finger zeigen Weißt du, was das Übergraßes drin ist? Ja, okay, wir nehmen seinen raus Ja, eins in der Hand Dann macht man so, Wasser Ja Und macht einmal ganz kurz so nass, ja Wirklich Okay Dann legt man das hier so drauf Und lässt das ganz kurz Dann wird es nämlich knusprig, verstehen Sie? Es wird knusprig Ah, hi, Herzog Das ist mein neues Intro, ich schreit's Leute an Die muss man doch so schlagen, ne? Hat geklappt, guck Ah Oh Oh Ich kann das doch Risse gehen immer weg, wenn man Sachen umdreht, ne? Oh Gott, jeder wird in die Kommentare schreiben, was ich für'n Spaß finde Gibt's hier nicht so ein Tutorial auf der Verpackung? Weiß ich nicht, guck doch mal auf die Verpackung, das ist ja gut Backblech mit Backpapier aussägen Was hab ich gemacht? Haben wir? Teig entrollen und mit den Händen auf Größe des Backblechs ziehen Kein Nudelholz verwenden, Ausrufezeichen Lava Kein Nudelholz verwenden Soll ich dir nur zeigen, wie ich's schneiden würde? Ja, mach mal, probier mal, ich würd's mal wenigstens sehen Ich würd's einmal hier durchmachen Macht man ja eigentlich bei jeder Frucht Ist das ne Frucht? Ja, ist ja schon ne Frucht irgendwie Man merkt echt, dass du aus Ostdeutschland kommst Da gibt's gar keine Paprika Da gibt's gar keine Paprika Wo wachsen die denn am Baum? Was hast du denn als Kind immer gegessen? In Dresden Nudeln Und? Und Tomatensauce Nudeln und Tomatensauce Also man macht einfach manchmal Einfach noch Wirklich Weil dann wird die Pizza erst gut Vertraut mir Scheiße ey, okay Leute, was genau Oh shit Nein, nein, nicht so Keine Longmore Tour Küsst für die Klicks Weißt du, wie du die gut machen kannst? Wie du die gut schälen kannst? Hab ich mal gesehen im Internet Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert Ja Also ich glaube einfach Einfach so Oh Einfach irgendwie so machen Nein, guck dir das nix für dich Hab ich mal gesehen im Internet Was willst du tun? Ich will die schälen, ohne dass du mit den Händen Dann hast du hier so Knoblauchhände Weißt du? Guck dir eines Ne Hä? Völlig clean Der ist ja viel intelligenter als du Willst du meine Videos schneiden? Laber Zack Hä? Hab ich mal gesehen Ey, was auch Pizza klappt, klappt mit Nudeln auch Letzis Das ist ein guter Den kannst du so tätowieren lassen Was auch Pizza klappt, klappt auf Nudeln auch Aber es sieht gut aus, was du machst Es sieht gut aus, was du machst Das Rühren? Ja, das hab ich geschafft Also es ist schon so, als hättest du es schon mal gemacht Ich hab mal gerührt Das liegt doch nicht nur an mir Das liegt doch immer auch an den anderen Ja Ich fand dich jetzt schon 60% lustiger als mich Hahaha Der Scherf ist auf jeden Fall da Boah Ja, bei mir ging's auch gleich Der Scherf ist auf jeden Fall da Hä? Hier ist natürlich kein Delfin drin Hier ist Thunfisch drin Ist da Delfin drin? Ja, so 3% oder so Ernsthaft? Für die Farbe Wenn du es aufmachst, kommt so Okay, Sturm, dir gebe ich jetzt auch schon mal eine Aufgabe Ja, bitte Die Zwiebeln werde ich machen Nee, doch nicht Ich kann zwiebeln Okay, die Zwiebeln sind jetzt glasiert Das heißt, wir schnappen uns jetzt unsere Erbsen Natürlich Bio Huuu Ach, da kommt das rein? Ganz genau Bruder, laber nicht Bruder, ich laber nicht Ein paar Nudeln hast du jetzt nicht rausgeholt, ne? Bitte? Äh, das war nicht so schlau Wie viel? Sagst du Stopp? Ich muss noch mal den Parmesan reiben Dieses Intro faken wir nicht, weil gerade die Kamera ausgegangen ist Hahaha Wow Was habe ich da nochmal gesagt? Smarte Sprüche Ich kann jetzt so tun, als könnte ich richtig mit einem Messer schneiden Schneide ich mir die ganze Zeit in die Finger? Ja Was trinken wir auf dich, ne? Ach, Artikel 13 Ja, genau Warte mal, hast du Artikel 13 gesagt? Nein Ich glaube wir brauchen mehr Artikel 13 Ach die Scheiße, oh Gott Philipp, Mann Wir haben auch schon viel Kritik dafür bekommen, dass wir die ausgewaschen haben, ne? Die Kerne rausgewaschen Das machen die auch immer ausgehen Ist das so? Ja, da sagen viele Von daher, Leute, ich nehme euch natürlich eure Ratschläge zu Herzen Aber ich habe echt keinen Bock in die Hände Ja, ich kriege Vitamine, Alter Hast du gesehen, wie viel Sämt da drin ist? Da kommt eh nix, wenn du da rausgehst Okay, so Der Reis Das ist eine Frucht Die aus dem China kommt Und das ist gut Und lecker Weil die Chinesen Die sind auch immer fit Ja Hahahaha Deswegen lachen die immer so viel Ich vermisse Peter Ludolf so sehr Ich möchte eine Einladung für Peter Ludolf aussprechen Ich möchte mit Peter Ludolf hier kochen Es ist wirklich kein Scheiß Der hat ein Management bestimmt Oder so Ich will mit dem kochen Caroline Herford kochen, ja Aber Peter Ludolf, Alter Hä, was machst du? Einfach reinkanten, Digga Bist du Ninja? Ja, safe So Guck mal, ihr dachtest schon Ich wäre ein Psycho Warte mal, Bibi 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 Wir können kochen Hahahaha So Drauftricken Hahahaha Auf Weithauern, dann fuchs ich das vor allein hin Und beten Beten Ganz schön wie beten Ganz schön wie beten jetzt Oh, mixt doch Was? Den Fehler hatte ich auch noch nie bis jetzt Was? Oh Schmeckt wie Sellerie, oder? Ist wirklich Sellerie einfach Ja Sag ich doch Hä, machen die so Sellerie? Hahahaha Guck mal Galileo, weil's so Sellerie gemacht in der Fabrik Wir als erstes Team in Deutschland durften in die geheime Sellerie-Fabrik Hahahaha Wir probieren das Ganze einfach mal Ah, nicht so viel Ja, genau Nur so ein bisschen, nur so ein bisschen Ein kleines bisschen Ein kleines bisschen Mein Motto ist einfach, es muss Spaß machen Schmecken tut's sowieso Ja, dann hör mal auf Schmecken tut's sowieso Ja, du bist ja auch schon Alkoholiker, wenn du einmal die Woche trinkst Was? Wir brauchen ein bisschen Vitamine Hahahaha Ja, genau so ist das Ah 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 Oh Oh Es ist ein bisschen zäh auch War, war heiß Wollen wir Wollen wir Wie dumm war ich? Wieso bin ich so dumm? Hahahaha Komm hier, machen wir einen Tower-Trick Schlappen ein Ja, das macht gar keinen Sinn mehr jetzt Leute Hi, herzlich willkommen Hahahaha Ich bin gespannt jetzt, warte Ich sehe erstmal eine Reaction Hm 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 Die Reaktion Die Reaktion gibst du mir jetzt? Nein, das ist schon sehr lecker Muss der jetzt sagen Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal Lasst ein Abo da Das war Das war